Jörg Scanlon ist ein britischer Schauspieler, der die Rolle des Schmüll im Filmdrama Der Junge im gestreiften Pyjama spielte. Leben Scanlon wurde in Canterbury geboren, lebt jetzt jedoch mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder in Deel. Er kam durch seinen Schauspielclub auf das Vorsprechen für eine Rolle in Der Junge im gestreiften Pyjama, nachdem der Filmregisseur Mark Herrmann seine Auswahl auf drei mögliche Kandidaten heruntersetzte und jeden davon in der Finalrunde mit Asa Butterfield. Zusammen kommen ließ, entschied er sich letztendlich für Scanlon. Zitat Hermanns Der Junge im gestreiften Pyjama ist Scanlons Spielfilmdebüt. Zuvor war er in einem zehnminütigen Kurzfilm namens The Eye of Aribata Fly und 2007 in einer Folge der Peter Serafinovich Show zu sehen. 2009 spielte er außerdem noch in der britischen Miniserie Runaway in der es um Obdachlosigkeit geht. Den kleinen Bruder der Hauptrolle Scene Filmografie 2007 Peter Serafinovich Show 2008 Der Junge im gestreiften Pyjama 2009 Runaway 2010 Married Single fitster categorismer Maintenant ANA Serafinovich Show rs Questo Wout